Glück auf meine Kumpel und Malocha, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Podcast, Königsblau im Ohr, wieder zurück aus der Pause, genauso wie mein YouTube-Kanal. Ich war ja auf Recation in Zypern, hab da gearbeitet und auch Urlaub verbracht und hab jetzt wieder richtig Bock mit unserem S04-Experten Luca über Schalke zu sprechen. Wie geht's dir, mein Vester? Glück auf erstmal, freut mich, dass wir zurück sind in der Bestbesetzung, in der Primetime hier für euch. Mir geht's super, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, ein bisschen krank geworden, jetzt übers Wochenende, aber komischerweise bei mir, diesmal hat's nur so einen Tag gedauert, dann ist es ausgebrochen und jetzt bin ich schon voll auf dem Weg der Besserung. Normalerweise, ihr kennt es ja auch, bei mir zieht sich das auch länger als jetzt so ein Tag und deswegen, also irgendwas hab ich umgestellt, vielleicht ist es noch von den Sonnenstrahlen im November, waren 30 Grad auf Zypern, vielleicht deswegen, aber auf keinen Fall aufgrund der Schalke-Ergebnisse. Nee, warst du eine Überleitung. Genau, dann lass uns gerne mal da zurückkommen. Ähm, ich hab die Spiele nicht ganz hundertprozentig verfolgen können, ich hab mir die Highlights reingezogen, intensiv und unintensiv auch die Spiele. Das eine gegen Nürnberg hab ich, ähm, äh, auf irgendeiner Busfahrt in Zypern geguckt und das Spiel gegen, äh, gegen Elversberg hab ich so beim Essen, hab ich so das, das Handy so auf den Tisch gelegt. Ähm, war da mit den anderen so am Sprechen und so, deswegen konnte ich mich da nicht konzentrieren. Ähm, du hast aber beide Spiele 90 Minuten gesehen, oder? Genau, ich hab beide Spiele 90 Minuten gesehen. Ähm, man muss natürlich trotzdem dazusagen, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, also das Nürnberg-Spiel müsste jetzt drei Wochen ungefähr her sein, äh, Elversberg dementsprechend zwei Wochen. Ähm, genau, und jetzt sind wir halt gerade auch in der Länderspielpause, dementsprechend wissen wir jetzt nicht mehr alle Einzelheiten komplett, also können jetzt nicht auf einzelne Spieler so gut eingehen, aber im Großen und Ganzen wollen wir da einfach nochmal kurz euch quasi ins Boot holen, wenn wir da jetzt bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Genau, ähm, ja, einfach nur nochmal quasi grundsätzlich das Spiel aufarbeiten, wie wir es fanden und, äh, was für Hoffnungen man sich jetzt machen kann oder auch nicht machen kann. Äh, genau, ich würde mal sagen, fangen wir mit Nürnberg an, weil es einfach in der Zeit der Folge zuerst war. Ähm, also ich persönlich muss sagen, ich fand, was man da gesehen hat vom Spielsystem her, war das einer der besten Saisonspiele, die wir bisher hatten, auch wenn es defensiv teilweise trotzdem löchrig war, da muss man aber, finde ich, Mitarbeiter einfach sich mit abfinden. Also die Abwehr, die wir jetzt gerade haben, ist leider einfach nicht zu mehr am Stande, ähm, hoffentlich wird damit dann nochmal nachgelegt, ist ja eigentlich der Plan, aber muss man halt schauen. Also Kaminski und Kalasch sind halt einfach nicht jetzt so die überragende Abwehr, die du dir hinten vorstellen kannst. Vor allem, wenn da nochmal Matriciani über rechts kommt, ähm, Scheinberg auf der Sechs, der es leider bisher auch nicht wirklich auf den Rasen bekommt. Und, ähm, aber ansonsten, was Offensivspiel angeht, Zusammenspiel, war das mal einer der Spiele, wo ich gesehen habe, was Gerrits von seinen Spielern will, ähm, und was er auch teilweise bekommen hat in dem Spiel. Da waren einige Pfostenschüsse auch wieder dabei, ähm, einer von Karamann, einer von Tempelmann. Und, äh, da habe ich auf jeden Fall die Ansätze gesehen, die ich mir gewünscht habe einfach, dass wir einfach mal ein bisschen auch offensiv Fußball spielen können. Und das haben wir in dem Spiel gezeigt. Äh, hätten vielleicht auch ein paar Tore mehr schießen können, dafür hat aber auch Nürnberg eben manche, ähm, Chancen nicht genutzt. Und dementsprechend einfach ein gutes Spiel von uns, ähm, wenn ich auch verdiente über 90 Minuten, gibt einige, die sagen, ähm, hätte man jetzt nicht unbedingt gewinnen müssen. Ich finde, wenn du einen Sieger, ähm, vom Platz gehen lässt, dann ist es für mich Schalke gewesen, war schon in Ordnung so. Ähm, ja, nur das Problem, nach Nürnberg kam dann Elversberg. Und da muss man leider wirklich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, in der ersten Halbzeit hat Schalke komplett Elversberg unterschätzt. Die waren gar nicht auf dem Rasen, die waren irgendwo, aber nicht dort. Äh, manche vielleicht noch beim Netflix gucken mit der Freundin gemütlich. Ähm, ich weiß nicht, manche vielleicht auch auf Malle und haben ein bisschen Party gemacht, hatte ich zumindest bei der Abwehr das Gefühl. Äh, wenn du da auf Kaminski und Kalas wieder geguckt hast und auch Schalke, der die Räume überhaupt nicht geschlossen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich zurückdenken kannst an das erste Tor, was da, glaube ich, gefallen war, wo der Elversberger Spieler einfach komplett durchlaufen konnte. Einfach durchgelaufen. Genau, durch die komplette Abwehr einmal durchmarschiert, Haken links, Haken rechts und bam, rein ins Tor. Ähm, also Kaminski ist einmal kurz hin und her gewackelt, ähm, als ob der gerade irgendwie auf Hawaii irgendeinen Tanz macht. Und, äh, Kalas war überall, nur nicht beim Gegenspieler, hat irgendwas versucht zu blocken, was nicht zu blocken war. Und Schalke habe ich mal wieder nicht gesehen, wie immer. Also, egal, wenn da auch ein Tor durch die Mitte kommt, Scheinberg nie zu sehen. Und das ist einfach extrem schade und beängstigend zu sehen, bei einem Spieler, für den wir zwei Millionen gezahlt haben und der unser Top-Transfer gewesen sein soll. Ja, finde ich extrem beängstigend, was an der ersten Halbzeit passiert ist. Hekerin leider auch wieder nicht so gut ausgesehen. Ähm, Aufbauspiel top bei dem. Also, von allen Keepern der Beste auch nochmal einen Ticken über Müller, würde ich sagen. Aber auf der Linie, muss ich wirklich leider sagen, ist es vielleicht noch nicht seine Zeit. Ähm, die kann noch kommen, er ist immer noch relativ jung. Aber ich sehe es in der Saison leider nicht wirklich und würde auch, wenn er verletzungsanfällig ist, Fährmann, bis Müller wieder da ist, ähm, ins Tor zurückstellen, sollte Fährmann dann fit sein bis Düsseldorf. Und ja, also in der zweiten Halbzeit war es dann in Teilen vielleicht ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen war das gegen Elversberg leider absolut gar nichts. Ja, voll. Also, was ich halt so traurig fand, ist, ne, du bist halt mit zwei Siegen quasi, ähm... Du hattest in der Serie starten können. Ja, bist du dann halt da reingestartet, ne, Hannover, Nürnberg. Und dann spielst du zu Hause gegen Elversberg, Aufsteiger. Ne, äh, Elversberg, was haben die gesagt? Elversberg, äh, so viele Einwohner oder weniger Einwohner als Schalke, ähm, Vereinsmitglieder hat. Ja, auch nochmal gut, dass du erwähnst, zu Hause vor 61.000 Menschen spielen die da so einen Haufen Dreck wieder zusammen. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Die Leute kommen da alle ins Stadion, machen da wieder die absolute Bombenstimmung. Ja, obwohl das, äh, also das war ja schon fast zerrissen alles wieder. Dann haben die sich mit den ein, zwei guten Leistungen wieder zurückgeholt. Die kommen da ins Stadion, machen wieder richtig Welle über 90 Minuten und müssen sich dann in der ersten Halbzeit wieder angucken, wie die von Spielern, die vor ein paar Jahren noch in der vierten Liga gekickt haben, eingeschult werden. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ja, und das kann halt nicht angehen, ne? Auch wenn du jetzt rückblickend betrachtest, jetzt die zwei Spiele, wo du auch gewonnen hast. Nürnberg halt auch gut, haben wir gut gespielt, aber 89. Minute fällt da das 2-1. Hättest du auch vielleicht mit Pech, hättest du das unentschieden gespielt. Hannover gewinnst ja auch knapp 3-2. Seit dem zweiten Spieltag haben wir kein Spiel gehabt, wo wir null Gegentore bekommen haben. Also immer Gegentore gestuckt, egal gegen welche Mannschaft ist die Letzte in der Liga oder Vorletzte. Wie Braunschweig verlieren wir auf einmal gegen Braunschweig 1-0 am dritten Spieltag. Im Pokal kassieren wir da auch einen Gegentreffer. Aber wir hatten zwei Pokalspiele und elf Ligaspiele in Folge. Keins dabei gehabt seit Lautern, wo wir zu elf gegen neun gespielt haben. Wo wir auch relativ glücklich kein Gegentor bekommen haben. Kein Spiel gehabt, wo wir mal zu null gespielt haben. Das ist so beängstigend, wenn du dir das vor Augen führst. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir spielen mittlerweile mit einer Dreierkette, Leute. Also was soll denn noch passieren? Dreierkette, dann davor noch ein Schallenberg. Was soll denn noch kommen? Trainerwechsel ist auch schon passiert. Das ist sehr, sehr beängstigend. Also du musst wirklich nochmal dazu sagen. Du spielst gerade quasi ungefähr in der Defensive das System, was Garmotzes mit uns hat spielen lassen. Du hast einen Aoyan über links, das ist geblieben. Du hast über rechts einen Matriciani, der eigentlich sogar noch defensiver ist, als es ein Ranftel, als es ein Aydin vor allem auch war. Du hast einen Schallenberg, der ähnlich wie Palzon, finde ich, ein defensiver Sechser sein sollte. Was er aktuell leider nicht so wirklich auf den Rasen bekommt. Nicht so aggressiv wie er. Ja, auf keinen Fall so aggressiv, aber er soll eigentlich ein Sechser sein, spielt aber aktuell nicht wie einer, sondern wie ein Geist. Und dann hast du halt eine Dreierkette, die dann auch gebildet wird. Klar, mit einem Merkin, der eigentlich von der linken Seite kommt und eher ein offensiverer Spieler denkend ist. Aber er ist trotzdem dein bester Innenverteidiger, muss man nochmal dazu sagen. Also an ihm liegt es ja jetzt nicht. Und dann hast du daneben einen Kaminski, der vor zwei Jahren auch schon da war. Und du hast einen Kalasch, der jetzt reingekommen ist, neu in der Saison. Und trotzdem kriegst du es mit dieser Abwehr nicht hin, zu Null zu spielen. Mit einer Fünferkette. Das ist wirklich, weiß ich nicht. Also es ist fehlende Qualität, muss man mittlerweile leider auch sagen. Aber auch einfach fehlende Leidenschaft, die man aktuell nicht sieht. Ich glaube, da sind sogar noch viel mehr die Qualität irgendwo, weil... Das auf jeden Fall, das sowieso. Ich glaube, das sind echt keine guten Spieler, wenn ich mir die so angucke. Jeder hat da seine Probleme. Lass gerne gleich noch auf dem Kader sprechen. Lass doch mal die zwei Spiele abhaken. Also Nürnberg mit Glück gewonnen, waren aber ein gutes Spiel. Und Elversberg die ersten 20 Minuten 2-0 zurücklegen gegen Aufsteiger im eigenen Stadion. Und mit der Art und Weise, wie die Tore passiert sind. Das war ja einfach komplett vogelwild. Das war geschenkt. Also die mussten ja nicht mal was machen für das Tor. Das hätte einer von uns beiden gefühlt hinbekommen, da einmal durchzumarschieren. Den Schuss vielleicht nicht. Also das vielleicht nicht. Der war echt ganz okay. Aber da einmal so durchzumarschieren mit einem Haken gegen Kaminski und Kalasch, das kriegt jeder von uns, glaube ich, hin. Ich bin ja generell ein super Dribbler. Ja, das ist sowieso. Also du hättest auch den Schuss hinbekommen. Den Schuss nicht, aber dribbeln kann ich richtig gut. Also das, ich wurde ja immer früher so Marcelo genannt. Ich habe ja Außenverteidiger gespielt, aber war ja immer so offensichtlich stark mit dem Dribbling und so weiter. Also das konnte ich richtig gut. Das würde ich sogar sagen, ja, aber... Ohne Verletzung wärst du halt heute unser Merkin gewesen. Ja, es ist doof gelaufen. Ja, wer weiß, wer weiß, aber das darf halt nicht passieren. Dann waren jetzt noch zwei Testspiele. Einmal gegen Eithoven haben wir 2-0 gewonnen. Und dann gegen Mas Meschel, zweite Liga Belgien, 0-0. Beide Spiele habe ich nicht gesehen. Ich habe mir aber die Highlights angeguckt, zumindest von Eithoven. Und muss sagen, Eithoven mit... Die sind zwar erst in der holländischen Liga, aber mit Reservemannschaft gespielt. Da waren wir schon die bessere Mannschaft. Haben auch ein paar Sachen zugelassen. Aber vor allen Dingen Terodde und Top vorne drin sahen nicht so schlecht aus, oder? Muss ich auch sagen, also zum Eithoven-Spiel kann man wirklich jetzt nicht allzu viel sagen. Außer, dass halt wirklich... Es war ein Spiel zu Null, das kann man auch erstmal festhalten. Aber vor allem, was du gerade gesagt hast, Terodde und Top haben halt wieder ein Bewerbungsschreiben geliefert, mehr Spielzeit zu bekommen. Also das war ja in letzter Zeit nicht wirklich der Fall. Top jetzt natürlich im letzten Spiel zumindest ein bisschen in einer Zeit bekommen, was er sonst eigentlich gar nicht gehabt hatte in den richtigen Spielen. Aber ja, also die beiden haben gut funktioniert vorne zusammen. Und ich würde die echt gern gegen Düsseldorf mal zusammen mit Karamann vorne sehen in der Reihe. Karamann vielleicht wieder als Zehner. Oder ich weiß nicht, wie genau Gerhard sich das vorstellt. Vielleicht auch Karamann und Top über den Flügel. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so die beste Entscheidung wieder wäre für ihn. Aber ja, und es zeigt für mich auch nochmal mehr, dass das mit Top und dem Vertrag immer mehr zu einem größeren Thema wird. Weil er einfach die Leistungen zwar nicht in den Spielen, die Liga entscheidend sind, zeigt. Aber er zeigt sie bei der U23. Er zeigt sie für Deutschland. Und er zeigt sie auch bei uns in den Testspielen. Und das sind einfach Anlagen für einen, ich glaube noch 19-Jährigen. Noch nicht 20, soweit ich weiß. Die du absolut gebrauchen kannst. Wir spielen in der zweiten Liga auf Platz 16. Und du hast dann ein absolut junges Talent, der am Sturm mehr Leistungen zeigt, als ein Polter aktuell tut. Und auch in der Rangordnung vor ihm ist. Und da musst du meiner Meinung nach wirklich dir Gedanken machen, was da bisher falsch gelaufen ist, dass der noch keinen Vertrag hat. Ja, also das haben wir ja hier schon öfter mal durchgenommen, dass wir für eine Kaderplanung amateurhaft haben, angebliche Kaderwerte aufbauen mit jungen Spielern. Aber die haben dann nur einen auslaufenden Vertrag. Wie gesagt, wenn er einschlägt, ist der ablösefrei weg. Wenn er nicht oder wenn er schwach spielt, dann wird er auch wechseln, weil wir nicht mehr auf ihn setzen werden. Dann bist du einfach in so einer Zwickmühle, in so einer Lose-Lose-Situation. Das kann nicht angehen bei einem Spieler, der gerade frisch aus der Jugend kommt. Dass du da nicht die Möglichkeit hast, den zumindest mal für ein weiteres Jahr noch an dich zu bünden. Dass du wenigstens nach dem Sommer die Möglichkeit hast, okay, er hat jetzt eine gute Saison gespielt, entweder verkaufen wir ihn oder wir haben wenigstens noch eine Saison von ihm. Nee, du bildest ihn quasi aus, der zahlt sein Lehrgeld, der zeigt dann irgendwann gute Leistungen. Und wenn er die guten Leistungen zeigt, ist er weg. Das ist einfach nur dumm und mehr kann man dazu auch nicht sagen. Dumm, dümmer Schalke leider mittlerweile, muss man halt echt so sagen. Du kriegst einfach nicht hin, die gute Arbeit auf Führungspositionen irgendwie reinzuholen. Egal, was du machst, du kannst deinen Vorstand hundertmal ändern. Ist ja zuletzt auch öfter mal vorgekommen und ist auch jetzt schon wieder im Gespräch. Aber es ändert sich einfach nichts. Also die Arbeit wird einfach nicht gut gemacht aktuell, muss man leider so sagen, wie es ist. Sowohl auf Führungsebene als auch dann, wie es sich eben zeigt auf dem Platz. Und ja, da müssen sich einige Leute hinterfragen. Aber das haben wir auch schon hundertmal aufgearbeitet. Kommt mir auf jeden Fall gleich auch noch zu. Aber, ja, positiv denke, zweimal zu Null gespielt. Vielleicht kann das ja jetzt eine Serie werden. Lass uns aber jetzt auf die Tabellensituation kommen, denn da merkt man, dass wir sehr, sehr wenig zu Null gespielt haben. Tabelle sieht so aus, wir sind auf Platz 16, also an Relegationsplatz nach dem 13. Spieltag. 13 Punkte, das Gute ist noch, punktgleich mit Karlsruhe und Magdeburg, Magdeburg vierzehnter Platz. Und einen kleinen Vorsprung von vier Punkten auf Braunschweig und sogar fünf auf Osnabrück. Also da haben wir noch einen Polster zum direkten Abstiegsplatz. Natürlich darf das aber trotzdem nicht zufriedenstellend sein. Wir haben 20 Tore geschossen, 28 kassiert. 20 Tore ist okay. Ist aber jetzt auch nicht, wo du sagst, dass es eine Wertung, die Richtung Aufstieg geht. Das ist eher so mittelfeld, unteres Mittelfeld der Liga. Und diese 28 Gegentore, die sind halt zweitschlechteste Abwehr der Liga. Mit Braunschweig, Osnabrück auch meilenweit von den anderen Teams entfernt. Osnabrück hat zwei Tore weniger kassiert wie wir. Und der Braunschweig hat zwei Tore weniger kassiert wie wir. Osnabrück hat drei Tore mehr kassiert wie wir. Das ist schon sehr, sehr schwach. Übrigens, auch eine interessante Statistik. Wir haben ein Spiel nur unentschieden gespielt. Also wir haben wirklich acht Spiele verloren. Das müsst ihr euch mal wegtun. Von 13 Spielen acht verloren. Ja, was sagen wir zur Tabellensituation? Das sieht sehr prekär aus. Am 13. Spieltag. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ja, also ich habe eine Ahnung, was da alles schiefgelaufen ist. Ziemlich viel. Aber das Problem ist halt einfach, das bringt uns jetzt alles nicht diese Erkenntnisse. Sondern das ist einfach schlechte Arbeit, die gemacht wurde. Und das ist jetzt das, was wir gerade leider wieder ausbaden müssen. Und was ich da am beängstigsten finde, was du auch gerade schon angesprochen hast mit den 20 Toren. Das ist prinzipiell okay. Damit kann man irgendwie einen Mittelfeldplatz schon erreichen. Also wenn du da jetzt nicht immer jedes Mal dir Gegentore fangen würdest, wo du auch gerade schon erwähnt hast, mit letztem Spiel zu Null vor elf Spieltagen gegen Kaiserslautern, beziehungsweise wettbewerbsübergreifende Spiele. Das Einzige. Das Einzige zu Null gegen neun Mann. Und das war auch nicht wirklich das. Ich kann mich erinnern. Und du warst sogar schlechter als Kaiserslautern. Ja, ich bin da am Spiel rausgegangen und habe gedacht, Alter, wie kann es sein, dass die nicht das Tor getroffen haben? Und dann denkst du dir auch noch neun Mann. Und die haben Konter über Konter über Konter gehabt. Das war echt ein Wunder, dass man da zu Null gespielt hat. Ja, genau. Und da sind 20 Tore dann auch einfach für die Qualität, die du offensiv, finde ich, trotzdem immer noch im Kader hast, einfach zu wenig. Weil wenn du mal zurückdenkst, vor zwei Jahren hätte Terolde die 20 Tore in der Hinrunde fast alleine hinbekommen. Und jetzt stehst du da, fast Ende der Hinrunde, und deine ganze Mannschaft kriegt gerade mal so 20 Tore aus dem Parkett. Dann ist es einfach zu wenig. Karaman macht gefühlt alles alleine da vorne, ist an fast 50 Prozent der Tore beteiligt. Und ja, du hast einen Terolde, aber der ist teilweise verletzt. Wenn er spielt, wird er irgendwie überhaupt nicht in Szene gesetzt. Also wir haben keine guten Flanken, die mal reingeschlagen werden. Aue, dann hatten wir alle vier Spiele mal ein gutes Spiel. Es gibt keine offensiven Spielszenen, wo mal irgendwelche Ballstafetten gespielt werden. Das hatten wir zweimal in der Saison, an die ich mich erinnern kann. Dann einmal im Pokal von Seguin das Tor und dann, ja gut, vielleicht noch ein Tempelmann mit dem einen Tor. Aber ansonsten wird es schon wieder schwierig, da irgendwie gut rausgespielte Tore zu sehen. Und dementsprechend muss ich da leider wirklich sagen, ist es für die Spieler, die du eigentlich hast, viel zu wenig vorne. Da kann auf jeden Fall mehr gehen. Defensiv ist es einfach schlecht eingekauft, aber offensiv erwarte ich mir da eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja, und kann ja wirklich nur noch gehen, nicht Abstieg, irgendwie da die Mannschaften hinter sich zu lassen. Ja. Ich meine, die Situation ist nicht aussichtslos. Also mit einem Unentschieden vielleicht schon kannst du entweder Karlsruhe oder Magdeburg hinter dich lassen. Das ist schwierig gegen Düsseldorf. Da kommen wir auch noch zu, das wird schwierig. Ich bin übrigens live im Stadion dabei gegen Düsseldorf. Da freue ich mich oder je nachdem, wie das Spiel wird, werden wir sehen. Mal schauen, ob du dich freust, ja. Ja, aber ich habe da auf jeden Fall Vorfreude drauf. Ja, keine Ahnung. Also, wenn ich mir so die Mannschaften anschaue, die da vor uns sind, halt Elversberg und Wehen, überraschenderweise schon so viel gepunktet, so, ne, die zu erreichen, da musst du auch erst mal ein paar Spiele gewinnen. Und dann hast du halt einen Magdeburg, die jetzt in so einer Krise sind, aber die haben halt auch eigentlich eine richtig gute Spielanlage. Karlsruhe ist eigentlich auch besser als die da sind, so. Ich habe auch eine Menge Qualität noch im Kader. Auch sehr überraschend, dass die jetzt nur 15. sind. Du hast einen Hertha noch vor uns, einen Paderborn, Rostock, okay. Die sehe ich auch eher unten, aber was gefährlich ist, ist, dass viele Mannschaften, die du eigentlich nicht unten oder nicht oben erwartest, jetzt aber schon richtig gut in der Anfangsphase gepunktet haben, ne. Also du hast einen Wehen, Nürnberg, Elversberg, Lautern, Greuther Fürth, die alle, Holstein Kiel, die alle richtig gut gepunktet haben, die du jetzt nicht unbedingt als Aufstiegsmannschaft vor der Saison getippt hättest, ne. Vor allem Elversberg und Wiesbaden, also da haben wir auch beide in den Saisonprognosen auf jeden Fall härtere Saisons für die erwartet. Und die spielen halt aktuell die Sterne vom Himmel, die sie zuvor noch nie gespielt haben. Und da wird es dann halt schwierig, Mannschaften zu finden, die sich jetzt nochmal hinter uns einfinden werden. Da wird es hoffentlich noch ein, zwei Mannschaften geben, aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, so Karlsruhe, Paderborn und Hertha erwarte ich eigentlich auch, dass sie so langsam in den Tritt kommen und dann weiter oben sich ansiedeln werden. Deswegen müssen wir da wirklich langsam mal zusehen, dass wir da unten rauskommen und von Platz 16 vielleicht mal so Richtung 13 springen mit ein paar Punkten Vorsprung, damit wir die Saison einfach ruhig zu Ende bringen können. Hoffentlich mit einer ein bisschen besseren Abwehr, die wir uns dann im Winter zusammen kaufen und dann einfach Gerhard sein Spielsystem entwickeln kann, Spieler sich dazu kaufen kann, die vielleicht mal mit Top langsam den Vertrag verlängert bekommen. Das wäre echt super. Und dann irgendwie versuchen, in die nächste Saison hinein ein Spielsystem und Spieler zu finden, was dann eben vielleicht aufstiegstauglich ist im nächsten Jahr. Das muss das Ziel sein aktuell. Anderes Ziel können wir gerade nicht haben. Das sind acht Punkte auf Wehen und Elversberg. Acht Punkte. Du brauchst, du musst zwei Spiele gewinnen und hast und beide müssen zwei Spiele verlieren. Du hast immer noch zwei Punkte Abstand auf die. Ja, du musst drei Spiele gewinnen, um die hinter dir zu lassen, weil ja die Tordifferenz auch katastrophal ist bei uns. Ja, und gleichzeitig müssen die auch drei Spiele verlieren. Das ist halt, das kann sich dann auch über fünf, sechs Spiele ziehen, sieben, acht Spiele ziehen. Und dafür musst du auch erstmal gut spielen, das ist das Problem. Ja, wir sind schon fast am Hinrundenende. So, jetzt kommt Düsseldorf, wo du auch nicht unbedingt einen Sieg einplanst. Dann kannst du da vielleicht noch einen größeren Abstand zukriegen. Das ist schon heavy, heavy, heavy. Und ja, ich habe gar keinen Bock mehr weiter auf die Tabelle zu schauen. Deswegen lassen wir es mal mit dem nächsten Thema machen. Ist aber auch nicht gut. Ja, warum auch gute Themen auf Schalke? Das wäre auch zu einfach. Ja, nächstes schlechte Thema, jetzt frisch reingekommen. Ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben, wenn der Podcast draußen ist. Unser Top-Talent, Asan Uedraogu, verletzt sich beim DFB. Okay, ist er verletzt zum DFB angereist, spielt da scheinbar verletzt und hat da... Das habe ich auch nicht verstanden. Also, da muss ich auch wirklich einfach direkt mal sagen, wir schicken den angeschlagen da hin. Und dann habe ich da gesehen, dass der gespielt hat. Und ich habe mich gefragt, hä? Der ist da angeschlagen hin, damit die den irgendwie wieder halbwegs fit bekommen für deren WM. Und dann spielt er da einfach schon direkt im ersten Spiel, nachdem er zwei Tage vorher noch gesagt hat, er kann für Schalke nicht spielen und wird jetzt da fit gemacht. Ja, haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Kannst du die News mal zu Ende bringen, was daraus geworden ist? Ja, boah, die Verletzung, die hört sich kompliziert an. Irgendwas, Symbiose, Sinn, keine Ahnung. Symbiose, was ist das, glaube ich? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht aussprechen. Und wird es jetzt aber mindestens die vier Spiele ausfallen. Bis Januar ist er raus. Ich vermute sogar, dass es noch einige wären in der Rückrunde. Ja, das ist erstmal sicher und dann wird sich zeigen, wann er wieder fit ist. Also für mich ist das auch mit unseren Ärzten und wie sich das bei uns immer entwickelt, kannst du schon davon ausgehen, dass er Ende Februar, Anfang März irgendwann zurückkommt, wenn die Januar anpeilen. Und auch noch seine Zeit brauchen wird, um wieder vernünftig in den Tritt zu kommen, sowieso. Ja, das ist echt, also der wird nicht mehr so die Rolle jetzt spielen im Abstiegskampf, wenn wir uns da frühzeitig noch stabilisieren wollen. Da glaube ich, wenn wir ihn auf jeden Fall jetzt abhaken, einfach nur bitter so. Du schickst da deinen talentiertesten Spieler hin. Auch dein wertvollste, muss man nochmal dazu sagen, 6 Millionen Mark wert, der wertvollste Spieler der zweiten Liga. Ja, der ist auch der wertvollste U17-Spieler bei dem Turnier. Also andere Spieler wurden da nicht hingeschickt, die auch U17 spielen könnten. Aber wo man gesagt hat, okay, den brauchen wir noch im Verein oder wir wollen ihn jetzt nicht mitten in der Saison abstellen. Ich meine, klar, der Spieler möchte das, aber spätestens hätte man die Reißseine ziehen müssen bei der Verletzung. Da hätte man sagen können, guck mal, du bist verletzt, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Wenn du gesund wärst, okay, aber so. Und der hätte ja auch dann noch in dieser kurzen Zeit irgendwie voll viele Spiele machen müssen und wäre dann zurückgereist und hätte dann bei uns direkt weiterspielen sollen. Wenn er gerade angeschlagen ist, das macht doch alles absolut keinen Sinn. Ich check es einfach nicht. Ich muss auch wirklich leider einfach sagen, ich kann die Entscheidung immer noch nicht nachvollziehen. Also du hättest da wirklich einfach zumindest sagen müssen, okay, Assan, werd erstmal bei uns fit. Wenn du fit bist, dann können wir dich da hinschicken. Aber einfach zu sagen, okay, wir übergeben die Verantwortung einfach an den DFB, die wissen schon, was sie tun, ist einfach, finde ich persönlich, ziemlich fahrlässig. Vor allem, wenn du auch bedenkst, dass es der Spieler ist, mit dem du im nächsten Sommer vermutlich am meisten Geld einnehmen wirst und den auch verkaufen werden musst, weil du eben aktuell eine ziemlich schlechte Saison spielst und eher Probleme damit hast, in die Dritte Liga abzusteigen, als dass du vielleicht aufsteigst und da den Ehr halten könntest. Dementsprechend wird er im nächsten Sommer hundertprozentig den Verein verlassen. Und wenn er jetzt eben sich verletzt und weniger Spiele macht, dann werden solche Nachrichten, die wir zuletzt lesen mussten mit Mailand, die uns runterhandeln wollen, vermutlich im Sommer wirklich bekommen. Und bei unseren Verantwortlichen, ich sage es dir ganz ehrlich, sehe ich das absolut als realistische Möglichkeit, dass wir sagen, okay, 4,5 plus 1,5 Millionen Boni machen wir. Deswegen, wenn der sich jetzt langfristig verletzt und dann wirklich erst zu den letzten Spielen der Saison wieder da ist, dann wird es da Verhandlungen geben, wo die Vereine sagen werden, okay, Ausschicksklausel von 8 bis 12 Millionen ist uns zu viel, wir geben euch 6, friss oder stirb. Und dementsprechend ist es auch, was das angeht, nochmal umso mehr eine schlechte Entscheidung, aber auch natürlich, was Entwicklung angeht von dem Spieler selbst und auch von unserer Saison, weil der extrem wichtig und überlebend bei uns vorne war. Ja, und keine Ahnung, also der eine Amateurverein DFB kriegt den vom einen anderen Amateurverein Schalke 04 und dass dann letztendlich, wenn der Spieler monatelang ausfällt, das war eigentlich abzusehen. Und, ähm, ja, das ist halt, mit der Pille müssen wir jetzt leben. Ähm, danke dafür. Ähm, du hast angesprochen, Stichwort Entwicklung, jemand, der die ganze Zeit von Entwicklung, Kaderwerte gesprochen hat, äh, Peter Klebel, ist zurückgetreten. Ähm, da gibt es auch verschiedene Meldungen, ob er einen Nachfolger kriegen wird, ob überhaupt ein Nachfolger kommt. Erstmal richtiger Schritt, dass er zurückgetreten ist, beziehungsweise ich glaube, er hat's, also er hat dieser Entscheidung vorgegriffen wahrscheinlich und, ähm, ist da von sich selbst aus zurückgetreten, um dann da, äh, ja, ein besseres Bild abzugeben, glaube ich. Ich muss auch einmal wirklich sagen, es ist einfach, zeugt in Anführungszeichen von Größe, ähm, erstens selbst einzusehen, dass es so nicht weitergehen kann, ähm, zweitens ist es, glaube ich, auch immer für seine mentale Gesundheit ganz gut, dass er ein bisschen aus der Schusslinie kommt und nicht die ganze Zeit gesagt wird, Knebel, 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 alles Knebels schuld, ähm, weil das tut keinem Menschen gut. Und da muss man auch wirklich einfach nochmal sagen, ähm, egal, was der für eine Arbeit leistet, ich finde, menschlich kann man ihm nichts vorwerfen, der hat uns damals, als wir abgestiegen sind, ähm, mit seiner Kommunikation bestimmt jetzt nicht beschert, dass wir, äh, aufsteigen, aber er hat da auf jeden Fall es geschafft, mit, ähm, dem Sportdirektor, den er geholt hat, Ruben Schröder, eine Aufstiegsmannschaft zusammenzustellen, ähm, halbwegs, in Anführungszeichen, Ruhe durch Ruben Schröder reinzubekommen und, ähm, hat menschlich, finde ich, immer zu dem Zeitpunkt alles gegeben, sportlich nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, vor allem zuletzt nicht mehr, aber, ähm, was das angeht, kann man ihm nichts vorwerfen und, ja, das Kapitel geht jetzt so zu Ende, wie es jetzt leider ist, nicht gut, aber, ähm, er hat trotzdem damals seinen Teil dazu beigetragen, dass es auch mal zwischenzeitlich Aufwind von Schalke gab und das kann man ihm, finde ich, auch nicht nehmen. Ich sehe ihn sehr, sehr kritisch irgendwie, weil, ähm... Das auf jeden Fall, also vor allem zuletzt, gar keine Frage, aber ich muss trotzdem sagen, dass es, äh, Schwachsinn ist, alles auf Knebel zu schieben, weil da gibt's so viele Leute, die falsche Entscheidungen getroffen haben und ich bin auch der Letzte, der jetzt hier... Ja, ja, ich weiß, ich gebe dir da voll recht. Ich bin der Letzte, der jetzt hier sagt, Knebel sollte da bleiben. Ähm, mir geht's einfach nur darum, dass man wirklich alles auf ihn abgewälzt hat und das verstehe ich dann auch, dass man dann da auch menschlich irgendwann, äh, einfach die Reißleine zieht, auch wenn's jetzt nur quasi dazu da ist, um zu sagen, gut, wir trennen uns im Guten, aber, ähm, auch das tut einem Menschen einfach auf lange Zeit nicht gut, muss ich einfach sagen, wie es ist. Ja, also, ich sag's, ich sag's mal, wie ich es sehe, so, ich seh's ein bisschen anders. Ich glaub, der ist sehr, sehr feige, ist jetzt einfach nur abgehauen, ähm, hätte er jetzt noch Rückendeckung gehabt, dann hätte er weitergemacht, bin ich davon überzeugt. Ich glaub, der ist nur zurückgetreten, weil er wirklich gemerkt hat, okay, geht nicht mehr, äh, ich hab zu viel Scheiße gebaut und die werden mich jetzt nicht mehr, die werden mich jetzt nicht mehr übernehmen oder die werden jetzt im Januar die Entscheidung treffen, ich flieg raus und um das vorher noch so ein bisschen, um sich da besser darzustellen, jetzt in der Endabrechnung oder in seinem Kapitel Schalke, wie das zu Ende gegangen ist, tritt er von sich selbst zurück. So. Ja, also, du hast natürlich, du hast natürlich recht, dass es auf jeden Fall klar war, dass Knebel so oder so gehen muss und ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass er jetzt mit der Entscheidung ein Gutes getan hat für Schalke oder so, das war eh klar, dass er gehen wird, nur, ähm, ist es einfach gut, dass dieses ganze Thema endlich mal endet, wo man die ganze Zeit darüber spricht, was Knebel alles verbockt, weil dass er Sachen verbockt hat, ist auf jeden Fall außer Frage. Ja, äh, dann wollte ich noch hinzufügen, dass der sehr viel verdient, der Sportvorstand auf Schalke, so, da kann er sich auch mal was anhören lassen, so, ne, ganz im Ernst, so, es gibt Leute, die verdienen, weiß ich nicht, die verdienen Mindestlohn und müsste sich von ihrem Chef und Arbeitskollegen und was weiß ich nicht alles auch tausend Sachen anhören lassen, so, weißt du, klar, wir haben hunderttausend Fans, das ist vielleicht noch ein bisschen medial größer und, aber, ganz im Ernst, da, das, da musst du, wenn du jetzt im Showbusiness und Fußball ist nun mal Showbusiness, da musst du damit umgehen können, hier, wenn wir hier den YouTube-Kanal oder den Podcast machen, müssen wir auch umgehen können. Mit negativen Kommentaren rechnen, ja, klar. Genau, wenn jetzt drei Leute uns beleidigen im Internet, so, who cares, sag ich jetzt mal, ne, und dann, muss ich einfach sagen, guck mal, der Mann hat Schalke übernommen, da war Schalke noch ein Klub, der vor zwei Jahren in der Champions League gespielt hat. Klar, man ist abgestiegen, war der erste Abstieg seit, ich weiß nicht, 25 Jahren, 30 Jahren, das ist quasi ein Erstligist, ist runtergegangen, war mit einem hohen Schuldenberg, aber, ähm, das ist quasi ein Erstligist, komplett, sind wir ja quasi immer noch, wie wir aufgebaut sind, mit diesen ganzen Mitarbeitern, den Trainingsplätzen, Stadion, äh, alles, der ganze Umfeld, Mitarbeiteranzahl, Fanbasis, alles drum und dran, klarer Erstligist, und er hat es halt geschafft, in diesen drei Jahren, wo er da war, klar, wieder hoch zu gehen, okay, dann aber abzusteigen, und jetzt mittlerweile in der zweiten Liga auf einem Delegationsplatz anzukommen und er ist für den sportlichen Bereich zuständig, der ist der, der, derjenige, der das zu verantworten hat, Sportvorstand, er hat die kompletten Sport zu verantworten und da haben wir uns von einem Erstligisten, der mal abgerutscht ist, wie so ein Ausversehen, mal ganz komisch abgestiegen ist, zu einem Mannschaft entwickelt, die kein Zweitliga-Format hat oder in der zweiten Liga strauchelt und kämpft, um in der zweiten Liga zu bleiben. Er hat es geschafft, die ganzen Werte kaputt zu machen, der Spieler, obwohl die ganze Zeit von Werteentwicklung gesprochen wird, wir haben es ja durchgenommen, wir können noch mal die ganzen zwei, drei, vier letzten Episoden hier durchkauen, die ganzen, ganze Tafelsilber, was verscherbelt worden ist, jetzt zuletzt nur so ein Aydin ausgeliehen in die Türkei, Flick und so weiter, ohne Not alles abgegeben, holt Mittelklasse Spieler rein, die alt sind, die viel Geld kosten, die keine Weiterentwicklung haben, du holst Spieler und gibst dem Verträge wie so ein Ovean, der jetzt wieder ausläuft, hast den aber für zwei Millionen geholt zwischenzeitlich einfach nur Geld verbrannt, du hast Spieler wie ein Keketop, der nur einen Jahresvertrag hast und das hat er alles abgegeben, überall hat er sein Otto drunter gesetzt, wenn der Heschelmann einen Vertrag verlängern muss oder einen Spieler kauft, der tut überall seine Unterschriften drunter setzen, der hat da komplett alles mit zu verantworten und da muss ich sagen, Alter, das ist, der hat uns richtig in die Scheiße geritten. Also ich muss erstmal sagen, ich stimme dir prinzipiell auf jeden Fall zu, dass er in den letzten anderthalb Jahren richtig schlechte Arbeit für uns gemacht hat, gar keine Frage, nur ich wollte einfach nochmal das erste Jahr, was er auf Schalke hatte, ab dem Punkt, wo wir quasi schon fix abgestiegen waren, mit ich weiß nicht wie viele Punkte wir hatten, zwölf oder so das gewesen sein, wo wir noch fünf Spiele offen hatten, da kann man ihm nichts vorwerfen, dann als wir abgestiegen sind, hat er Ruben Schröder geholt, was eine gute Entscheidung war und hat da auch die ganzen Entscheidungen von Ruben Schröder mitgetragen, die zu dem Zeitpunkt alle positiv, also fast alle positiv waren, nur ab dem Punkt, wo wir dann eben hochgegangen sind, kamen nur noch schlechte Entscheidungen von ihm, stimme ich dir kommt dazu, gar keine Frage, aber muss man auch nochmal dazu sagen, mir ging es nur darum, er ist definitiv einer der Hauptverantwortlichen für all das, wo wir gerade drin stecken, bin ich komplett bei dir, nur finde ich, es ist einfach, mir ein bisschen zu einfach zu sagen, Knebel ist an allem schuld, was halt in letzter Zeit immer so publiziert wurde, Hechelmann ist da völlig mit drin in der Verlosung, was angeht, jetzt diese Saison hundertprozentig. Ist für mich so der komplette Knebelmann, also ohne Knebel hätte der so einen Job nicht bekommen, ja, also er hat die Hauptentscheidung hat er völlig falsch getroffen mit Hechelmann aktuell, muss man leider sagen, hat er im Vorstand hat er da ihn ins Rennen gerufen und gesagt, man sollte für ihn stimmen und es ist sein Mann geworden und im Endeffekt hat sich das überhaupt nicht ausgezahlt, er hat glaube ich teilweise einfach zu sehr seinem Mann auch die Freiheiten gegeben und gesagt, okay, du möchtest Böder verkaufen, dann machen wir das so und so weiter, aber mir ist es halt immer trotzdem, wie gesagt, zu einfach nur auf ihn die Schuld abzuwälzen, er ist definitiv einer der Hauptverantwortlichen, aber eben nicht der alleinige und es ist gut, dass diese ganze Sache mit ihm jetzt endet, damit man da einfach einen Punkt hintersetzen kann und sagen kann, ja, sollte nicht sein, lief nicht gut, schlechte Arbeit gemacht zuletzt und dass einfach dann die gerechte Strafe, in Anführungszeichen, dass es jetzt eben so zu Ende geht und er eben nicht weitermachen kann bei Schalke, genau, ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, finde ich. Ja und, also, ich finde auch, also, wir können direkt mit den nächsten Leuten weitermachen, also, ja, Knebel an sich ist nicht der alleinige, schuldige, warum Schalke 04 da steht, wo wir stehen, weil wir hatten beispielsweise auch den Bernd Schröder gehabt, mit seinem Wahnsinns Sponsoring-Vertrag, den er uns da ausgenutzt hat. Genau, der da auch richtig viel Geld kassiert hat als Vorstands, der war ja noch der Vorstandsvorsitzende, der war ja der CEO auf Schalke, schafft es nicht mal einen vernünftigen Sponsor zu finden, der eine gewisse Summe bezahlt. Also, ich habe wirklich das Gefühl, ich muss es nochmal sagen, dass Bernd Schröder einfach auf Schalke nur dafür zuständig war, mit Fans, die er auf dem Vereinsgelände getroffen hat, Fotos zu machen, weil was anderem habe ich nie gesehen und auch bei keinen guten Entscheidungen beobachten dürfen. Dementsprechend muss ich leider wirklich hinterfragen, wie man zu der Entscheidung konnte, da Bernd Schröder zu installieren und ich hoffe einfach, dass es vielleicht nicht eine ganz so schlechte Entscheidung jetzt war mit dem Tillmann, auch wenn es eigentlich wieder Schema F genau dasselbe ist, was sie auch mit Bernd Schröder schon versucht haben, aber ja, gut, es ist in letzter Zeit bei Schalke, es ist leider wirklich einfach nur noch hoffen, dass mal irgendwas Gutes passiert, tritt leider selten ein. Ja, ich meine, du kannst halt nicht bewerten, was er intern für Entscheidungen mitgetroffen hat oder was er da verändert hat, nur dieser Sponsordeal, der ist halt komplett sichtbar gewesen und was man auch so hört von den Mitarbeitern auf Schalke, dass die halt auch nicht zufrieden gewesen sind zuletzt, wie das auf der Geschäftsstelle abgelaufen ist. Ich weiß auch nicht, hast du, die Doku hast du wahrscheinlich auch gesehen damals, als sie rauskam, oder? Da war ja Bernd Schröder auch schon auf Schalke und bei diesen Meetings, die da immer im Raum hatten und dann auch das mit dem Krieg losging und es dann um die Entscheidung gegen Gazprom runternehmen vom Trikot, hat er da auch einfach, also soweit ich mich erinnern kann, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ist natürlich ein bisschen her, dass ich hier gesehen habe, aber da saß er dann auch einfach nur da und hat da jetzt auch nicht wirklich so gewusst, was er tun soll. Also das war wieder so eine Sache, die saßen da alle, haben sich beraten und er hat da so gesessen und gedacht, ja gut, Millionen, wann kommt die aufs Konto und ja, also er hat die Entscheidung dann natürlich auch irgendwie mitgetroffen, dass es eben umgesetzt wurde, dass Gazprom vom Trikot kam, aber im Endeffekt habe ich von ihm nie diese Präsenz gesehen, die ein CEO eben haben sollte und ja, da muss man wirklich leider einfach sagen, extrem schlechte Entscheidung wieder gewesen, wie fast alle, die aktuell von den Vorständen bei uns getroffen werden. Ja, ich meine, Schalke braucht auch einen starken Mann irgendwo, ne? Und wenn du einen Knebel hast, der sowieso nicht so der Mediengewandte ist. Uwe Schröder ist auch weg, also es gibt keinen, der wirklich mit den Medien kommunizieren kann aktuell. Wir sehen wirklich immer wieder nur irgendwelche Schlagzeilen, was Hechelmann wieder über irgendwelche Transfers von ihm gesagt hat, dass die eigentlich ganz gut sind und ansonsten siehst du medial gar nichts. Du brauchst jemanden, der gut vermitteln kann, Ruhe ins Umfeld bringen kann, wie es Uwe Schröder auf den Pressekonferenzen gemacht hat, wie es Udi Assauer früher gemacht hat in Doppelpass und Co. Auch Ausstrahlung ist einfach extrem wichtig und da haben wir einfach gerade niemanden, der das irgendwie verkörpert und damit will ich jetzt überhaupt nicht hier irgendwelche Clemens Tönnies-Gerüchte wieder anfangen, sondern einfach, es geht einfach nur um die Persona, die man schaffen muss. Eine, zu der man aufblicken kann und sagen kann, okay, diesen Mann können wir folgen, er weiß, was er für Entscheidungen trifft und so einen brauchst du aktuell wieder. Und dass es nicht Clemens Tönnies werden sollte, sind uns, glaube ich, beide relativ einig, aber wir brauchen einfach eins, zu dem man aufschauen kann. Wie gesagt, wo man weiß, okay, er verfolgt einen klaren Plan, er weiß, welche Leute er einstellt, er weiß, welche Entscheidungen diese Personen treffen und da hast du aktuell einfach keinen. Und ich hoffe halt, dass es irgendwie funktionieren kann. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn Clemens Tönnies hier als Sponsor nochmal richtig das Portfolio aufmacht. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber halt nicht in der Entscheidungsgewalt. Ja, das ist halt vorbei, so, ne, also, jetzt nochmal Clemens Tönnies da zu installieren, ne, hätte ich auch keinen Bock. Aber ich würde einen Tick Clemens Tönnies auch mitnehmen, so als Sponsor, ne, der ist ja eh bei uns Sponsor mit Birklunder und so und der hat schon angeblich keine Ahnung, ob das stimmt. Da redet ja die eine Seite so, die andere Seite so, hat er Hilfe angeboten und ich würde halt diese Hilfe nicht ausschlagen, so. Warum? Also, wenn er wirklich mit allen seiner Unternehmen einfach, ähm, Sponsor werden will oder gut, uns gute Verträge, äh, zur Verfügung stellt, dann musst du das annehmen, so zum Wohle des Vereins. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht sowas wie, ähm, Hauptsponsor auf dem Trikot annehmen würde, wo jetzt Fett Tönnies draufsteht, ich glaube, das wäre vielleicht ein falsches Zeichen, weil dann wirst du wirklich in diese alte Zeit zurückgleiten, wo Tönnies ein absolut präsenter Mann auf Schalke wieder wäre und natürlich auch Macht hätte als Trikotsponsor, ähm, aber ich gebe dir prinzipiell recht, dass man in der aktuellen Situation auf jeden Fall darüber nachdenken muss, wo es gerade um die Existenz des Vereins geht, dass man bei Sponsorings, die ein bisschen mehr am Hintergrund laufen, aber wo man trotzdem einer der Hauptinvestoren vielleicht auch werden könnte, dass man da auf jeden Fall darüber nachdenken muss, wenn Tönnies gutes Geld zahlt. Ich meine so, ne, wenn du jetzt sagst, so seine Firma da mit Corona, da liefen Sachen schief und so, es gibt halt tausend Unternehmen und alle haben irgendwo irgendwo Dreck am Stecken, so, ne, egal, was du dir da draufnimmst, ob du jetzt einen B-Win oder so, Spielfirma, weiß ich nicht, Feldteens, ist auch irgendwo, gibt es Alkoholabhängige oder so, du kannst halt irgendwo, überall irgendwas Negatives sehen, so, ne, und, ähm, weiß ich nicht, ob man sich dann da so voll beschränken soll und, ähm, ich würde halt probieren, alle, die wollen, dass Schalke 04 erfolgreich ist und dann da mithelfen wollen, würde ich irgendwie versuchen, mit ins Boot zu nehmen, weil aktuell mit unserem Schuldenstand, mit Perspektive Dritte Liga, da musst du alle Hebel in Bewegung setzen, um da, ähm, den Verein nach vorne zu bringen und auch Gelder frei zu machen, weil wir brauchen die auch auf dem Transfermarkt, um diesen Kader nochmal umzukrempeln, ähm, ja, und Stichwort Lautsprecher, ich finde, unser Trainer verkörpert das so ein bisschen, aber der ist halt auch englisch sprechender, ne, der ist halt, und du, ich finde das auch immer schade, wenn der Trainer der Einzige ist, der, der sich nach vorne hinstellen muss, genau, und der dann da alleine gelassen wird, so, das ist halt auch so ein Problem, auch bei Reis, ne, die haben den, alle Spieler haben auf ihn rumgehackt und, ähm, der wurde halt nicht von den Verantwortlichen da so in Schutz genommen, weil die das auch nicht drauf haben, da mal so Ruhe im Karton zu machen, ne, und da brauchen wir halt wirklich jetzt jemanden, der sich da mal hinstellt, und das ist für mich eigentlich so ein Horst Held beispielsweise, der immer super war in diesen Pressekonferenzen, und da bräuchtest du halt mal so einen Sportvorstand, der auch kommunikativ, wie, wie, Ruben Schröder, der hat halt, in dieser Phase war es auf Schalke ruhig, weil er halt alles gut wegmoderiert hat. Und es kam auch nichts nach außen, also das wollen wir mal dazu sagen, er war einfach nicht nur der Lautsprecher, der nach außen selber Sachen bekannt gegeben hat und Ruhe in den Verein gebracht hat, sondern er hat auch intern dafür gesorgt, dass nicht mehr so viel nach außen kam, klar, es kamen ab und zu auch mal Transfergerüchte vorher, das ist völlig normal, das ist bei jedem Verein so, aber ich erinnere mich da auch zurück an die erste Transferphase von ihm, wo die Hälfte der Spieler wirklich, es wurde einfach gepostet, Aujan verpflichtet von Alkmaar war es, glaube ich, und das war einfach da, du hast es gesehen, okay, krass, neuer Linksverteidiger, Ruben Schröder hat seinen Job gemacht und du hast da vorher nichts gelesen, vielleicht fünf Minuten früher, aber ansonsten war einfach aus dem Nichts ein neuer Spieler da und das zeigt einfach, was so eine Person, die eine Aura hat, ausmachen kann in einem Verein, der schafft es einfach, alle hinter sich zu sammeln und nach außen hin ein kerngesundes Bild abzugeben, weil das hat er zu dem Zeitpunkt wirklich gemacht, das muss man ihm lassen und der fehlt extrem, also vielleicht nicht mit dieser menschlichen Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, von Schalke wegzugehen und zu Leipzig zu wechseln, aber einfach, was seine Kompetenz und seine Aura anging, muss man leider sagen, fehlt dieser Mann extrem. Ja, Punkt und machen wir mal mit einer weiteren Schalke-Persönlichkeit oder hier Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hever und er hat jetzt im Schalke-Kreisel folgendes, ich zitiere, gesagt, Wir erwarten vom Vorstand und von der sportlichen Führung eine Aufarbeitung des Saisonstarts sowie eine offene und umfängliche Fehleranalyse. Fehler können zwar passieren, sie dürfen aber sich nicht wiederholen. Der Abstieg zum Ende der Saison 2021 war das Resultat einer langjährigen schlechten verfeilt, sowohl sportlich als auch innerhalb des Vereins. Insgesamt wurden in wenigen Jahren über 150 Millionen Euro in Spieler investiert, von denen viele nur motiviert durch die Höhe des Gehalts kamen. Diese zweifelhafte Motivation hat sich auf dem Platz gezeigt. Bis zum Winter wollen wir Klarheit darüber haben, welche Veränderungen und Anpassungen nötig sind, auf und neben dem Platz. Wir wollen Erkenntnisse mit Wintertransfer Fenster nehmen. Diese Analyse ist absolut notwendig, damit der Verein langfristig erfolgreich arbeiten kann. Und er hat noch gesagt, etwa sowas wie, wir planen einen organischen Aufstieg, der auch mehrere Jahre dauern kann. Also, was ich mich da erstmal frage, ist wirklich, wie er sich das jetzt genau vorstellt. Also klar, Hechemann bangt jetzt gerade um seinen Job und muss da auf jeden Fall eine Fehleranalyse abliefern, die vernünftig ist, aber von einem Knebel kann er glaube ich gerade einiges erwarten, aber jetzt nicht, dass er mit vollem Elan da in die Arbeit sich stürzen wird, nachdem er gerade bekannt gegeben hat, dass er weg sein wird. Der wird natürlich da jetzt auch mitarbeiten müssen, das ist sein Job, keine Frage, aber ich sehe jetzt auch nicht, was das jetzt für ihn für eine Motivation aktuell hat, da jetzt sich mit vollem Ehrgeiz reinzustürzen. Das ist schon mal das Erste, was mich frage. Und die zweite Sache ist, natürlich haben wir uns über Jahre runtergewirtschaftet, nur hat er es jetzt so dargestellt, als ob mit dem Abstieg es nicht erst losging, sondern vorher quasi alles mit reingezogen, also auch der Aufstieg war quasi schon ein Fehler, laut seiner Aussage. Finde ich halt ein bisschen komisch, weil erst, also wir hatten ja quasi mit diesem einen Aufwärtstrend, Oben Schröder kam, hat eine Mannschaft zusammengebaut, die aufstiegstauglich war und wie man auch jetzt gerade sieht, mehrheitlich Bundesliga bis Champions League tauglich mit Ciao, Itakura und so weiter auch ist, also Ciao spielt Champions League und diese Mannschaft zu halten, hätte sicherlich dafür gereicht, die Bundesliga irgendwie zu halten, auch wenn du eine gute Trainerentscheidung getroffen hättest und da muss ich einfach sagen, ist es mir zu leicht, wenn er jetzt einfach quasi die Ausrede findet und sagt, okay, es läuft schon seit fünf Jahren aufwärts schlecht, weil natürlich ist das der Fall, aber es geht auch darum, dass seit seiner Amtszeit es quasi nochmal umso mehr schlecht läuft, weil es gab ja diesen kurzfristigen Aufwärtstrend, bei dem man hätte den Weg weitergehen können und Bundesligist weiterbleiben können, verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja voll, weil ich sehe das genauso, Junge, der ist drei Jahre da, Junge, was guckst du noch in die Vergangenheit? Du bist drei Jahre da, du hast einen Verein, den du in diesen drei Jahren hättest du aufwärts. Er ist glaube ich nicht mal drei Jahre da, oder? Ich glaube sogar noch weniger. Ja, von mir aus, ich meine zum Sommer ist er gekommen, also zweieinhalb jetzt, also zwei Saisons und jetzt diese Saison quasi, also er ist in der dritten Saison quasi. Er ist glaube ich, ist er auf Doktor Jens Buchter gefolgt, war das so? Ja, oder? Ja, dann müssten es zweieinhalb Jahre sein, er kann auch ein bisschen weniger gewesen sein, auf jeden Fall ist er noch nicht allzu lange da und ich verstehe nicht, warum man da jetzt auf die Fehler von vorher schaut, sondern sich nicht einfach mal selber hinterfragt und schaut, okay, ich habe aus einem Bundesligisten eine Mannschaft geschafft, die jetzt gerade 16. in der zweiten Liga ist und da dann einfach zu sagen, ja gut, es wurden viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, 150 Millionen für Spiele ausgegeben, ist jetzt hier alles nicht meine Schuld, ist viel zu einfach und kannst du so als Aussage nicht bringen, finde ich. Ja, und ganz im Ernst, erstmal dieses, mit diesen, wir machen hier einen organischen Kader und das dauert vielleicht auch mehrere Jahre, bis wir aufsteigen, das ist einfach nur Ausreden suchen, um sich da, ja, um sich da weniger Druck zu machen und um sich da, sagen wir, für mich ist das einfach nur Quatscherei, Alter, Schalke 04 hat mit das höchste Budget in der zweiten Liga und du musst damit aufsteigen, Punkt, fertig, aus, du musst da einfach einen Kader hinstellen, der aufsteigen kann oder zumindest drum spielen sollte, so, wovon wir meilenweit entfernt sind, dann, klar, wir haben Schuldenberg gehabt, aber wie gesagt, du hast die Möglichkeit, jetzt in seiner Amtszeit gehabt, in der Bundesliga aufzusteigen, was wir ja gemacht haben, in der Bundesliga zu bleiben, was wir nicht gemacht haben und jetzt eigentlich im dritten Jahr in der Bundesliga sich zu etablieren, das ist eigentlich so, was er hätte machen müssen, wenn er das Maximum aus diesem oder wenn er noch nicht mal das Maximum, wenn er einfach das erreicht hätte, was mit diesem Klub schon möglich ist, durchaus möglich ist, also der Abstieg im letzten Jahr wäre sowas von machbar gewesen, da nicht abzusteigen, vermeidbar, wenn du bedenkst, wir hatten so eine schlechte Hinrunde, wir haben so Fehleinkäufe gehabt und haben quasi die komplette Hinrunde verschenkt und haben dann noch mit dem Reis so eine Aufholjagd starten können, wo man knapp Konferenz-Rückrunde gespielt, also wir hätten wirklich fast Konferenz-League gespielt, wenn wir die ganze Saison mit Reis so gespielt hätten und da muss Axel Hever sich als allererster hinterfragen und ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, du hast vollkommen recht, es sind jetzt fast zweieinhalb Jahre, die ja da ist, ist dann da gekommen, als der Abstieg losging und muss sich da wirklich als allererster Mann da hinstellen und mal über seine Fehler reden, weil klar haben die Leute davor auch Fehler gemacht und 150 Millionen für Spiele ausgegeben, trotzdem sind sie nicht diejenigen, die aus den Bundesligisten einfach einen Zweitligisten auf Platz 16 geschaffen haben, weil es nämlich zwischenzeitlich auch schon wieder höher ging, da muss man einfach nochmal sagen, dass es unter seiner Führung passiert, unter keiner anderen Führung und er ist dann nicht allein verantwortlich für, aber zu einem ganz großen Teil und kann da jetzt nicht einfach sagen, die Fehler, die vorher gemacht wurden, sind für ihn nicht auszubügeln gewesen, das funktioniert so nicht und mir ist auch gerade übrigens, als ich nachgeguckt habe, nochmal ein anderer Side-Fact aufgefallen, Geburtsort Dortmund, vielleicht ist es ein Zeichen, ich weiß es nicht, aber ja, weiß ich nicht, die Arbeit spricht aktuell nicht für ihn, nein, natürlich nicht, ich meine, Hefa ist schon ein Schalker durch und durch, das will ich gar nicht absprechen, aber das war jetzt ein kleiner Side-Fact nur, aber vom Prinzip her muss man leider wirklich sagen, es ist aktuell alles, aber keine gute Arbeit, die da gemacht wurde und da kann man sich nicht einfach rausreden und sagen, die Leute vor ihm haben die Fehler gemacht. Ja, finde ich halt problematisch, ich fand seinen Ansatz und so, als er gestartet ist, richtig cool und teilweise hat der echt zunächst mal so einen frischen Wind reingebracht, aber mittlerweile jetzt auch die Entscheidung da auf Tillmann zu setzen, irgend so einen Trivaro-Freund da zu installieren, ich nicht, also klingt für mich alles sehr, sehr schlecht und ich habe so das Gefühl, dass ich gerade so zusehe, wie der Verein so komplett abstürzt und wie der von oben halt sehr, sehr schlecht geführt wird und wir da wirklich gerade am Zugucken sind und ich glaube, auch bei Trivaro hat der auch nicht das beste Ende gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, keine Ahnung, also ich habe da echt kein gutes Gefühl mit ihm und lass dann jetzt nicht zu sehr darüber sprechen, aber im Hintergrund soll es wohl mal wieder eine Opposition gerade geben, die gerade arbeitet Unterschriften zu sammeln, die ich gerade prüfen will, ob es elektronisch möglich ist, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und die dann abzuwählen, also Hefer und Thielmann, das aus der Bild, ich glaube, die Bild postet sowieso gerade sehr, sehr viel in die Richtung, ich glaube, die Bild ist da so ein bisschen auch instrumentalisiert, weiß ich nicht, also keine Ahnung, finde ich jetzt, ich persönlich finde das nicht zielführend, wenn man das jetzt mitten in der Saison sowas irgendwie nach außen kommuniziert, auch wenn das vielleicht richtig ist, da einen Wechsel vorzunehmen, aber frühestens im Winter wäre das so eine Sache, wenn du da eine Pause hast vom Sportlichen, wo man sowas machen könnte oder aber wirklich zum Ende der Saison, wo dann auch die Mitgliederversammlung ja dafür da ist, um sowas zu machen, keine Ahnung, wie siehst du das? Ich bin da bei dir, also ich verstehe den Gedankengang, das zu machen und das ist prinzipiell auch berechtigt, dass diese Leute eigentlich aktuell keinen Job haben sollten, beziehungsweise, gut, Thielmann kann man jetzt noch nicht final bewerten, der hat ja jetzt noch nicht wirklich angefangen, aber bei Axel Hefer muss man leider wirklich sagen, die Arbeit, die er gemacht hat, war es eben bisher nicht, aber trotzdem, wir haben so viel Unruhe gerade im Verein und dass da jetzt nochmal diese Opposition dazu kommt, ist leider einfach typisch für Schalke, muss man sagen, es gibt einfach keine Punkte in diesem Verein, die gerade ruhig sind, die Mannschaft ist es nicht, der Vorstand ist es bei weitem nicht, die führenden Personen sowieso nicht und dann sind es natürlich auch logischerweise nicht die Fans, aber es zeigt immer wieder, wie viele Nebenkriegsschauplätze wir uns schon wieder selber bauen und ja, wir sollten gerade einfach schauen, dass wir irgendwie diese Saison rum kriegen und dann kann man über alles reden, aber ich finde, es ist gerade einfach ein bisschen viel auf einmal, da jetzt zu sagen, okay, mitten in der Saison muss man da jetzt sowas versuchen, muss man aber auch schauen, wie sich das überhaupt weiterentwickelt, weil bisher haben die sich auch nicht wirklich zu erkennen und man weiß nicht, wer das wirklich ist. Das ist halt auch die Sache, man liest immer Opposition, keine Ahnung, wer das ist, man liest immer hier ein Häppchen, da ein Häppchen, mit der letzten Opposition hat man auch gesehen, dass das nur Unruhe gebracht hat und letztendlich hat sich da keiner durchsetzen können, keine Ahnung, also sowas kann man doch gerne am Ende der Saison besprechen, wenn eine Mitgliederversammlung ist und letztendlich muss man halt auch fairerweise sagen, wurde das ja auch alles demokratisch entschieden, wer jetzt diese Stellung alle hat auf Schalke, das wurde ja auf der Mitgliederversammlung bestimmt und dementsprechend... War kurz auch nochmal bestätigt oder war das nicht so? Die haben doch jetzt letztendlich eine Mitgliederversammlung gehabt, wo es ja nochmal neu gewählt wurde und da ist es dabei geblieben. Klar sind die Leistungen danach nochmal mehr in den Keller gegangen, aber vor ein paar Wochen, Monaten hieß es noch, okay, die Arbeit ist in Ordnung, die hier aktuell gemacht wird und jetzt auf einmal, gut, wir sind rapide nach unten gesungen, keine Frage, aber wenn du halt so schnell im Kopf deine Entscheidungen änderst, dann solltest du mit solchen Entscheidungen trotzdem, finde ich, nicht zu unbedacht einfach umgehen, sondern das dann zu einem Zeitpunkt machen, wo mehr Ruhe im Verein ist und du bedacht solche Entscheidungen ausarbeiten kannst. Ja, man sollte vielleicht eher überlegen, wie man diese Satzung moderner gestaltet, dass man nicht den Verein quasi so übernehmen kann. Ich habe jetzt auch so das Gefühl, dass so Leute geholt werden, um seine eigene Position zu stärken, sondern wir haben auch viele Hürden, bevor dann Leute zur Mitgliederversammlung durchgestellt werden mit diesen, wie heißt dieses Gremium nochmal, bevor die Leute zugelassen werden, so ein Stopper, der die Leute bewertet und so weiter. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, vielleicht nochmal über die Satzung nachzudenken, moderner aufzustellen, Richtung modernes Unternehmen irgendwo, weil so kannst du nicht mehr mithalten in der Fußballwelt und gibt zwar noch hier und da mal einen eigentragenen Verein, ich glaube Union ist auch jetzt einer, wobei die jetzt auch ein schlechtes Beispiel gerade sind, aber ich bin mir ziemlich sicher oder ich würde es mal einfach mal in den Raum werfen, ohne da die Satzung zu kennen, dass deren Satzung von den anderen eingetragenen Vereinen noch ein bisschen moderner ist als unsere und da würde ich mir sowas auf jeden Fall wünschen. Ja, dann lasst das Thema abhaken und kommen wir nochmal jetzt zum Schluss zum sportlichen nächstes Spiel gegen Düsseldorf. Das wird ein Brocken auswärts. Ich bin live im Stadion dabei, freue ich mich. Da kann es nur gut laufen jetzt mal. Also wirklich, wenn du jetzt schon vor Ort bist, dann heißt das schon, was da ist einfach nochmal die zusätzliche Motivation da. Für die Schalke-Spieler, die hier zuhören, enttäuscht Cedric nicht. Er fährt da extra hin ins Stadion, hat viel Geld ausgegeben. Ihr müsst jetzt performen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt muss ein Sieg kommen. Genau, sogar auf Auswärtsfahrt, obwohl das nicht so weit weg ist, aber ja, sogar auswärts supporte ich da die Mannschaft. Hab Plätze direkt neben unserem Block, also ich hab Plätze im Fortuna-Block sogar. Also nehm da sogar noch Plätze von den eingefleischten Fortuna-Fans weg, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Direkt neben dem Auswärts-Block. Ja, also da hoffe ich, dass die Mannschaft eine gute Leistung zeigt. Wird aber schwer, Fortuna, vierter Platz, die sind schon nicht so schlecht, aber was Mut macht, die haben die letzten beiden Spiele verloren, gegen wen und gegen Fürth? Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also natürlich, wenn die jetzt mal in eine Negativ-Spirale reinrutschen, ist das natürlich gut für uns, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Düsseldorf mit der Qualität jetzt durchgehend anfängt, Spiele zu verlieren. Deswegen, man darf die auf gar keinen Fall jetzt wieder unterschätzen und sagen, okay, zwei Spiele verloren, das ist machbar, da muss man jetzt eigentlich gewinnen, sondern da muss es trotzdem völlig seriös und ernst angehen und wissen, okay, da kommt Düsseldorf, die waren bis vor ein paar Spieltagen, waren die noch ganz oben dabei und da muss man wirklich damit rechnen, dass man da ein extrem schweres Auswärtsspiel vor der Brust hat und ich muss auch sagen, die Spiele, die wir jetzt zuletzt in den Saisons gegen Düsseldorf hatten, waren immer extrem schwierige Spiele, also Daniel Thun hat extrem guten Fußball gegen uns immer spielen lassen und wir spielen aktuell alles, aber keinen guten Fußball, dementsprechend muss man da schauen, dass man sich da nicht wieder zu viele Gegentore fängt, weil da habe ich wirklich extrem Bedenken, dass man da wieder drei, vier Stück bekommt und so viele Tore schießen wir aktuell ganz sicher nicht. Ja, die haben nicht so eine schlechte Offensive, die haben ja den Tjollis, der ist sehr trepsicher, 24 Tore auch gemacht, auch ein guter Wert zum Liga-Vergleich, beispielsweise so viele gemacht wie Pauli auf Platz 1, dann noch zu Hause wird schon heavy, aber es ist auch auswärts extrem schwach diese Saison, also wir haben jetzt einen Sieg auswärts, das macht zumindest ein bisschen Mut, aber im Prinzip war dieses Auswärtsspiel zur Hälfte ein Heimspiel, weil wir eben in Nürnberg gespielt haben, aber ja, gut, also wir müssen langsam auch mal anfangen, auswärts halbwegs überzeugende Spiele auf den Rasen zu bekommen, weil sonst wird das ganz sicher ganz schwierig, da im Abschickskampf unten rauszukommen, weil du eben nicht nur in Heimspielen, wenn du dann mal einen guten Tag hast, punkten kannst, sondern du musst langfristig versuchen, auch mal ein paar Unentschieden mitzunehmen gegen bessere Mannschaften und vor allem die wichtigen Siege zu holen gegen Mannschaften, die unten drinstecken oder unten reingeraten müssen, wie eben zum Beispiel in Elbersberg und Wiesbaden, solche Spiele musst du eigentlich gewinnen, hast du in der Saison nicht gemacht bisher, gegen Elbersberg verloren, gegen Wiesbaden unentschieden und wenn du jetzt in der Rückrunde dann auch wieder gegen diese Mannschaften verlierst, dann wird es ganz ganz schwierig, die noch einzuholen und ja, jetzt gegen die Mannschaften, die eben noch kommen, muss man auf jeden Fall möglichst viele Punkte noch mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen zum Abschluss noch eine Aufstellung und ein Tipp. Wir fangen an mit der Aufstellung. Ich glaube, so dieses Spielsystem von Gerrits hat sich so ein bisschen etabliert. Sollen wir dabei bleiben? Ich würde erstmal dabei bleiben, ja. Also vor allem gegen Nürnberg, muss ich ja auch weiterhin nochmal sagen, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe nur das Gefühl, dass die Spieler nach dem Nürnberg-Spiel irgendwie sich zu sicher wieder gefühlt haben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, nachdem du erstmal gerade so von Platz 16 auf Platz 15 gerutscht bist, haben die sich so selbstsicher gefühlt und dachten, die spielen jetzt gegen Elbersberg ganz locker mal einen Sieg zusammen. Ist nicht passiert, dementsprechend waren da auch die Ansätze dann eben nicht zu sehen und ich hoffe einfach, dass man da jetzt irgendwie an die Ansätze aus Nürnberg zurück appellieren kann, von Trainerseite aus und wenn das passiert, dann kann ich mir eigentlich vorstellen, dass da mit dem Spielsystem jetzt auch mal langsam eine Kontinuität reinkommen könnte, weil das war bisher an der Saison trotzdem das bessere Spielsystem. Ja, das wäre wünschenswert, also Torwart, Fährmann, oder? Wenn er fit ist. Ja, also da hört man ja zumindest, da hört man von Dirk Rösseschlamann, hört man, dass der wohl fit werden soll. Ich glaube, die BILD hat jetzt heute nochmal berichtet, dass es noch in den Sternen steht, ob er spielen kann. Wenn er fit ist, glaube ich, sind wir uns beide einig, dass Fährmann spielen sollte. Wenn er es nicht ist, wen spielen wir dann? Jetzt trotzdem mal häkeren bleiben. Ich fände es jetzt irgendwie traurig, wenn er dann auf die Bank müsste. Auch wenn er jetzt nicht so super gespielt hat, Langer, okay, der hat eigentlich auch immer gut gehalten, aber... Also Langer ist auf jeden Fall der Spieler, der keine Fehler macht hin. Also der ist mit seinen 38 immer noch absolut verlässlich und macht da seinen Part. Trotzdem finde ich auch, du kannst jetzt nicht jedes zweite Spiel deinen Torwart ändern. Klar, wenn verletzungsbedingt jemand nicht spielen kann, dann ist das so. Aber im Endeffekt bin ich dabei dir. Du kannst jetzt nicht schon wieder sagen, nächster Torwart wieder und wechselst alle zwei Spiele von Hilgerin zu Langer zu Fährmann zu Langer zu Hilgerin zu Müller zu Fährmann. Das funktioniert so nicht. Dementsprechend bin ich dabei dir jetzt erstmal nicht wechseln, wenn Fährmann eben nicht fit ist. Genau, dann haben wir die Dreierkette. Bob Möken ist auf jeden Fall gesetzt. Ja, 100%. Und dann hast du halt nur noch schlechte Spieler. Ja, gut erkannt. Also ich sage erstmal, wer für mich auf jeden Fall spielen muss. Auch im Testspiel hat er, finde ich, wieder gezeigt, dass er einer der besseren Innenverteidiger ist. Das ist für mich Cissé. Stimmt, den haben wir auch noch. Dem soll es wieder eine Chance geben. Verstehe ich auch nicht, wieso der nicht mehr gespielt hat seit dem Pauli-Spiel, weil da hat er es echt ordentlich gemacht. Er war ja gegen Elversberg auch nicht im Kader. War der da verletzt? Das weiß ich nicht, aber ich verstehe es prinzipiell auf jeden Fall nicht, dass der jetzt irgendwie keine Einsatzzeiten mehr bekommen hat. Für mich, Cissé muss da hin, auch wenn er natürlich den Bock gegen Hamburg hatte. Mein Gott, was Kaminski, Kalasch und Baumgart schon für Böcke die Saison hatten. Dann lässt er lieber einen Jungspieler spielen, der die Anlagen hat. Also er hat die Füße, er hat das Tempo, er kann sich auch entwickeln. Dann lässt er lieber Cissé spielen, ist meine Meinung. Ich fand den auch gegen Pauli im Pokal gut schlecht. Der war wirklich gut. Stark nach vorne verteidigt, Pässe waren ordentlich. Also was das angeht, muss ich wirklich sagen, ist einer der besseren Innenverteidiger aktuell noch. Und beim dritten Mann wird es schwierig. Wen würdest du da spielen lassen? Dann doch Kaminski so als erfahrener Spieler. Jetzt sieht man da deine Katze im Hintergrund. Vorhin hat er immer gesprochen, ja. Genau, ja, also ich finde es auch extrem schwer. Also ich will eigentlich wirklich keine Kaminski-Spiele mehr dahinten sehen, aber wenn ich daran denke, dass du da entweder Kalasch oder Baumgart hinstellen kannst, dann ist es beides nicht besser. Im Endeffekt bin ich ganz ehrlich, dass Kaminski halt spielen. Mein Gott, dann ist es so. Okay, dann haben wir links Ovean, das stellt sich auch quasi von selbst auf, ne? Ja. Ich glaube, Moor müsste langsam eigentlich auch mal wieder fit sein. Der war ja eigentlich noch ganz gut, aber ich meine, wenn Ovean einen guten Tag hat, dann ist er halt, was Standards angeht, was Flanken angeht, einfach nochmal eine Ecke besser. Aber da ist es dann auch, finde ich, wenn Moor fit ist, langsam vielleicht wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil Moor ja eigentlich ganz gute Leistungen hatte. Was eigentlich mit Brunner? Ist der jetzt fit nach der Länderspielpause? Der hat im zweiten Testspiel gespielt, auch durchgespielt, glaube ich. Also wenn der von Gerrits als Spielfit ausgemacht wird, dann könnte der, glaube ich, wieder spielen. Ist halt nur die Frage, ob er 100 Prozent ist. Aber es ist egal, es ist wirklich völlig egal, solange er laufen kann, soll er spielen. Ja, der muss spielen. Also schlechter als Matriciani über rechts geht es halt nicht. Ja. So dann vielleicht nur über den Kammer Sein. Selbst 80 Prozent von Brunner sind besser als 100 von Matriciani leider. Ja, ja. Ich meine auch blöd für so einen Brunner, weil ich habe das Gefühl, der muss auch ständig bei uns irgendwie angeschlagen spielen, so unfit immer spielen. Und dementsprechend sind seine Leistungen auch nicht jetzt, der hat halt auch nicht die guten Leistungen bisher gezeigt, in der zweiten Liga. Wo ich vor der Saison gesagt habe, Leute, Brunner ist in der zweiten Liga. Der beste Rechtsverteidiger. Ja. Und war halt auch, also entweder war der verletzt oder hat eher schlecht gespielt. Aber ich glaube, der braucht, der muss halt fit sein und das ist er halt nicht. Aber trotzdem, Matriciani ist so ein Formloch, der muss dann da spielen. Dann sagen wir mal rechts Brunner, wenn er fit sein sollte. Dann haben wir die Doppel-Sechs. Also ich bleibe bei Tempelmann, weil der mir gerade auch gegen Nürnberg und Pauli oder so richtig gut gefallen hat. Der muss auf jeden Fall drinnen bleiben. So, dann hätten wir, Schallenberg ist halt so die Frage, der hat zuletzt ein paar gute Spiele gezeigt, aber jetzt gegen Elversberg Okayer Spiele würde ich sagen. Also gut würde ich jetzt vielleicht auch nicht mal so weit gehen, aber es war auf jeden Fall keine Katastrophe mehr. Gegen Elversberg habe ich ihn nicht gesehen. Also wirklich, ich kann jetzt, wenn ich jetzt nachdenke, kann ich mich an keine Situation erinnern, wo ich ein Segui, äh, ein Segui sag ich schon, ein Scheinwerk vor Augen habe, was er gemacht hat. Ja. Da ist wirklich... Mein Latzer war zuletzt gut, hat ein Tor gemacht, okay. Ich fand Latzer auch nach Einwechslung echt in Ordnung. Also der kommt so langsam wieder in Tritt. Ich bin auch fast schon dabei zu sagen, lass Latzer vielleicht starten und wenn es wieder gar nicht läuft, wechselst du halt Tower oder ein Scheinwerk ein. Ist schwierig. Ich bin auch zwischen Latzer und Tower, ja. das Segui sehe ich halt gar nicht, weil kein Bock. Der hat keinen Bock, genau. Der soll bis zur Winterpause krank sein und dann können wir den verkaufen. Also ich gehe mit Latzer, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin für Latzer und Tempelmann. Okay, dann gehe ich auch mit mit Latzer. Dann hätten wir den Zehner, da bin ich diesmal für Karamann, auch wenn Drex da zuletzt ein Tor gemacht hat gegen Nürnberg. Gehe ich mit. Aber ich würde von vorne dann Terodde Polter, äh, Terodde Top, sorry. Der Polter ist ganz schön präsent bei dir im Kopf. Ne, ich gehe da mit. Also ich finde auch, Drexler kannst du auch machen. Wenn jetzt zum Beispiel Gerard wieder sagt, er möchte Top schon wieder nicht von Anfang an bringen, dann wäre das für mich auch der erste Spieler, der dann stattdessen reinkommen sollte. Aber am liebsten wäre mir auch, du versuchst es mit Karamann, Terodde und Top. Top, wenn es nicht klappt, gut, bring halt den Drexler rein. Aber ich finde, das wäre auch einfach mal Präsenz vorne. Weißt du, du hast drei Spieler, die groß gewachsen sind, die können Bälle festmachen, können die auch dann zu den jeweils anderen spielen. Du hast so eine kleine Büffelherde dann vorne und das kann, finde ich, funktionieren. Einfach mal ausprobieren. Ja, okay, und dann gehen wir zum Tipp. Ich sage, weil ich vor Ort bin, weil ich die Mannschaft unterstütze, bringt das ein gutes Omen und wir gewinnen überraschenderweise 1 zu 2. Okay, so optimistisch bin ich leider nicht. Ich gehe aber trotzdem mit einem Unentschieden. Frag mich nicht, wie ich zu dieser Erkenntnis komme. Eigentlich ziemlich dumm, aber ich sage, wir holen zumindest ein 1 zu 1. Top. Dann sind wir hier zum Ende der Sendung angekommen. 1 Stunde 10. Wow. Ich habe gedacht, wir werden diesmal ein bisschen kürzer. Übrigens, wir haben sogar ein bisschen länger sogar gemacht, weil wir den ersten Teil haben wir, ich glaube, 15 Minuten. hatten wir technische Probleme immer wieder, aber ansonsten haben wir es eigentlich ganz gut wieder hinbekommen, würde ich sagen. Genau. Und schreibt mal eure Meinung zu den ganzen Themen drin. Es waren ja ganz viele Themen heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auf YouTube zuschaut oder wenn ihr ein Podcast-Player seid, wichtig eine Bewertung da lassen und reinzufolgen, damit ihr nichts verpasst und dann, ja, könnt ihr auch gerne auf YouTube weitergucken, denn ich bin jetzt immer regelmäßig wieder für euch da nach dem Zypern-Urlaub und freue mich damit, euch wieder als Community zu agieren. Cedric gibt sein Comeback wie Brunner gegen Düsseldorf, möchte ich dir mal sagen. Hoffentlich, hoffentlich. Beide Cedrics, ne? Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, das wird passen. Die Cedrics sind zurück. Genau, und Spieltag-Livestream fällt deswegen aus, weil ich bin im Stadion, vielleicht ein Stadion-Vlog, je nachdem, ob ich aufnehmen werde, aber bestimmt so ein bisschen Material kommt auf jeden Fall auf den Kanal. Und spätestens im Podcast kriegt ihr dann eh Cedrics ungefilterte Meinung wieder. Und auch deine, genau. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir raus und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Bis nächste Woche. Glück auf.